So, und damit ein Heyho und herzlich Willkommen hier zurück zu Assassin's Creed Valhalla. In der letzten Folge haben wir hier in Lancaster Shear eine Stadt hier angegriffen. Und ich würde sagen, wir brechen hier mal die Tür auf. Mal gucken, weil eigentlich sollte hier noch ein König irgendwo verschwunden sein, oder überhaupt sein. Nimm drei Männer, seht hinten nach. Seht euch um, schaut was zu finden ist. Ich schicke nach Theolwolf. Sein Thron wartet auf ihn. Okay. Eine hübsche Rauferei war das, was. Keine Wort. Aber ein kleiner Ätteling fehlte bei alledem. Wo war der Sohn unseres Königs? Jeolbert war dabei. Vielleicht hast du ihn verpasst. Deine Lügen entsprechen deinem Wesen, Evo. Groß und kühl. Okay. Jemanden von deinen Leuten im Gespräch. Sein Name ist Cheolwolf. Zusammen schmieden sie einen Plan, dich zu stürzen und ihn an deiner Stadt einzusetzen. Ein Nordmann namens Sigurd ist eingetroffen und hat sich mit den Brüdern verbündet. Der Angriff wird bald erfolgen. Halte deine Männer bereit. Was deine Geheimverstecker angeht, sind diese vorerst sicher. Doch damit das auch so bleibt, musst du bezahlen. Ich erwarte deine Antwort. Doch bitte schick mir diesmal einen hübscheren Gesandten. Ein Verzeichnis von Zahlungen. Wie ein Haushaltsbuch. Hier ist ein Emblem. Womöglich von einem Clan. Die Brüder sollten das sehen. Ja. Sofort hier. Achso, nee. Das waren nur die draußen, die Leute. Okay. Ja, dann quatschen wir mal kurz mit Eva. Ich bin hier mal gespannt, was die dazu suchen. Eva, ich habe einen Brief gefunden. Dieses Symbol hier. Der pennt. Hatten deine Leute Glück? Nein. Du? Hier. Kennst du dieses Zeichen? Tonas Siegel. Anscheinend hat sie auch mit Bogret eine Abmachung. Diese Hündin. Sie war die Söldnerin, die in Cheopedon so herumkrakiert hat, oder? Sie scheint auf beiden Seiten zu stehen. Möglicherweise hat sie ihm alles gesagt. Geheimnisse. Über mich. Über Cheopedon. Über unseren Plan. Was soll das Ganze getue? Schnitz dir eine neue Krone und setz sie dir auf die Rübe. Das Problem ist gelöst. Du bist der neue König. So läuft das aber nicht. Nicht in Mercia. Brauchen wir Bogret wirklich? Keine Ahnung, wohin Bogret gegangen ist. Die Spur führt zu Tona. Gehen wir. Äh, ja. Wir verlieren Zeit. Tona ist unsere einzige Spur. Wir müssen herausfinden, was sie weiß. Lieber renne ich mit dem Gesicht voran in eine Axt, als sie zu treffen. Danach würde sie besser von dir denken. Wir haben denselben Vater, Eivor, aber seine Mutter war eine Sau. Wir treffen uns bei Tonas Lager, sobald du hier fertig bist. Und bring Geduld mit. Und eine Axt. Eivor, auf ein Wort, bitte. Geh, ich komm nach. Ich gehe zu den Brüdern, Eivor. Such uns bei Tona auf. Mein Sohn erzählte mir, was passiert ist. Dass Ivar ihn zum Kämpfen drängen wollte. Und du es verhindert hast. Du würdest um ihn trauern, hätte ich es nicht getan. Er ist kein Kämpfer. Nein, aber er sollte es sein. Durch Übung oder Prüfung. Das wird er, wenn die Zeit reif ist. Aber halt ihn von Ivar fern. Er ist alles andere als ein guter Lehrmeister. Was ich auf jeden Fall mache, ist hier erst mal zwei Punkte verteilen. Zwei Punkte verteilen wir doch gerne. So, hier unten sind wir nämlich dann. Aber, wupp. Ja, das hier ist ja schon vom Raben. So, das wollen wir ja erst mal nicht. Aber wir haben jetzt erst mal hier diese vier Sternzeichen. So. Boah. Zeichen allgemein. Ich gehe mal davon aus, das sollen halt Sternzeichen sein. Weil im Hintergrund auch Sternenhimmel ist und so. Ne? Sprich, wir müssen jetzt im Grunde noch die ganzen anderen. Ich glaube, der hier gehört noch dazu. Der aber nicht mehr. Das ist schon Bär. Ne? Und dann haben wir dann halt schon alle Dings. Ich bin mal gespannt, wie weit das geht. Ob es halt wirklich so ist, dass man einen ganzen Baum fertig kriegt. Und vielleicht noch einen zweiten anfängt. Oder ob es tatsächlich vom Leveling her auch tatsächlich so weit schon geht, auch storytechnisch, dass man alles, alle drei Bäume gleichzeitig aktiviert haben kann, muss, braucht. Je nachdem. Ne? Das wäre ja mal interessant zu wissen. So. Ich nehme hier kurz mal mal hier den Wegpunkt mit. Also den Aussichtspunkt. Mal kurz synchronisieren. Weil dann kann ich mich später hier auch her teleportieren. Mal kurz. Mal kurz. Mal kurz. Synchronisierung abgeschlossen. So. Da oben müssen wir hin. ja das heißt ich kann hier wurde sprung hier runter sagt dann aber hier runter ich rufe mein reittier und wir reiten los in die richtung einfach straight in die richtung dann sollte das passen hier ist noch hier ist ja noch eine see dazwischen wobei mein reittier sollte ja schwimmen gelernt haben ja nicht großartig dingsen da brauche ich ja großartig nicht hier ja hier einmal nach oben dann sollten wir das hinkriegen wird ihn noch interessant gerade was so den orden der ältesten angeht und auch die hier ein kopf wo ich über sie gehört stimmt etwas nicht wir werden mit tona reden nur wir beide ihrer und oba warten hier tona soll denken dass wir allein sind ich glaube niemand von uns kann verhindern dass ihr den schädel spaltet er hat auf dem weg über nichts anderes gesprochen gut sollen wir wir kommen gleich zurück ein kleines vermögen für den der tona zu hehl schickt ich erinnere dich daran in cheope dun klang es als hätten die brüder eine abmachung mit tona was ist geschehen sie ist eine söldnerin oba braucht ihre männer und ihr wissen aber ihr verhältnis ist nicht mehr das beste weil sie burgred nicht besiegt haben ich habe gehört tona durstet das nach zwei dingen weiches silber und hartes bett geflüster beides deutet nicht auf treuseligkeit hin wenn man ihr nicht trauen kann was bringt sie uns das müssen wir herausfinden vielleicht können wir sie zufrieden stellen und wenn wir das nicht schaffen über sagte du sollst deine axt mitnehmen da sind sie ja wie erwartet wenn sie an dir gefallen findet redet du weiter ich glaube du bist eher nach ihrem geschmack nein nein das ist sie gut warum kommst du an diesem lebhaften tag in mein lager geschlendert ich vermute das weißt du bereits ja der gestank glühender kohlen verrät dich und doch bist du hier um zu reden also ist burgred wohl unauffindbar und wer bist du mein täubchen willst du deinen arsch in meinen schoß setzen nämlich was nämlich nicht so ich verzichte kommen wir zum punkt deswegen bin ich nicht hier wo könig burgred ist das wollt ihr doch wissen und warum denkt ihr ich hätte die leiseste ahnung davon wir haben briefe gefunden auf zeichnung eines handels ihr beide habt eine vergangenheit was soll ich sagen der könig zahlt gut für meine dienste wenn ich nur dasselbe über diese ragnarsson dummköpfe sagen könnte du redest aber gerade mit mir und ich will wissen was du weißt nimm mir deinen preis also gut ich könnte eine neue kuh gebrauchen du könntest sie bezahlen ich werde dich nicht bezahlen ja hier wenn sheol wolf auf dem thron sitzt wird es ihn kaum freuen dass du ihm im weg stand ist dass du an ihm zweifelt hast gibt dich mit der hälfte zufrieden und sheol wolfs erster königlicher befehl wird nicht deine enthauptung sein starke ansage spucks aus burgred bezahlte mich um die ragnarsons von zwei orten fernzuhalten legra kester und tempelbuch eine große menge silber an eurer stelle würde ich da mal nachsehen das ist alles mehr weiß ich nicht wir sind hier fertig legra kester und tempelbuch sagen wir diese hatte etwas mir nicht aber den brüdern sicher ich werde es ihnen erzählen bleibt nicht so lange hier wir müssen uns einen könig fangen so ok ich kann dann später hier einfach rein und dings wie gesagt ich werde jetzt nicht rein rennen weil bringt mir herzlich wenig ich krieg zwar ein paar schätze da raus aber mehr auf großartig nicht das sammeln wir alles bestimmt später noch ein vielleicht mache ich auch einiges auf screen oder so also außerhalb des let's plays sie gut hat uns alles erzählt gut gemacht legra kester und tempelbuch was wissen wir über diese orte legra kester ist ein großes dorf und tempelbuch ist eine alte festung das ist auch schon alles burgred könnte sich an einem dieser orte verstecken suchen wir da so schnell wie möglich und was machen wir mit torna ich verwette meinen sack schweiß darauf dass sie burgred schreibt um ihn im austausch gegen silber vor uns zu warnen das lass mal meine sorge sein wir sollten jetzt aufbrechen ich kann mir die feste von tempelbuch vornehmen ich werde dir folgen sie gut dann bleibt mir nur legra kester ich bin sicher einsam ohne euch nimm dir jemanden mit vielleicht wagt eivor ist ja dir freundschaft zu schenken geht schon vor ich werde euch bald einholen meine kirche sind voll und wieder ein level ab halleluja das geht aber gut hier ne so die haben wir was haben wir hier zähne zusammenbeißen regeneriere den roten teil deiner gesundheitsangezeige wenn du erfolgreiche nahkampftreffer bei gegnern landest schlachtfeld geschoss drücker um den nächsten um die nächste gefallen gefallen gelassene waffe aufzuheben und automatisch auf den gegner in der sichtweite zu werfen bogen nahkampf wechsel wenn du zwischen bogen und nahkampf angriffen wechselt richtest du kurze zeit extra schaden an äh notfallzielen halte ich glaube wir gehen unten lang hier dieses zähne zusammenbeißen hört sich eigentlich ganz stylisch an so sie genau mit ewa und wo müssen wir müssen nach da ganz drüben wir kommen da reiten wir schnell hin da da reiten wir schnell hin das geht glaube ich schneller als wenn ich jetzt mit der kleine stück hier laden würde und dann dinge ich muss ganz ehrlich sagen ich meine das ist jetzt die ps4 version ne ähm ich finde es ist sehr schön gemacht auch wenn es jetzt ich sag mal nicht die beste grafikeinstellung ist jetzt ne so aber so an und für sich ist es sehr schön gemacht das spiel detailreich natürlich auch ne also gerade wenn man sich so mal guckt dass das hier auch wirklich so ähm überall auch wirklich gras zu sehen ist was so einzeln mit hoch steckt weißt du so richtige gras heim man sieht man sieht unterschiedlich farbigen boden so dass es wirklich man sieht so dass es fällt weg dass es sumpf wird dass es jetzt normales grasland schnee in nordwege natürlich auch ne auch so diese ganzen verschiedenen bäume und pflanzen die man dann noch hat wenn ich gesehen werde gibt es hier sollte ich vielleicht aufpassen äh jetzt ist die frage ja hoppala hier ja da oben steht ja doch schon lol steht erst mal oben auf dem türmchen würde ich sagen klettern wir auch türmchen mäßig nach oben ja zack hap 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 zack ab nach oben und nach oben und nach oben und nach oben hap 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 Gerade rechtzeitig. Wir hätten fast ohne dich angefangen. Was gibt es zu sehen? Jede Menge Soldaten. Wagen fahren hinaus und hinein. Das Wiesel Burkret ist hier, ganz sicher. Das Badehaus und die Kirche, siehst du? Ich lasse sie von einem Speer prüfen. Er sollte jeden Moment zurückkehren. Hast du Uber und Sigurd in Tempelburg getroffen? Nein. Und wenn Burkret hier ist, muss ich das auch nicht. Wir müssten vieles nicht, wenn wir Könige töten würden. Dank meines Bruders verhelfen wir ihnen stattdessen auf den Thron. Was ist zwischen dir und Opa? Lass ihn... äh... ich werde keine Seite wählen. Es scheint einiges zwischen euch zu stehen. Ich hätte gedacht, ihr werdet euch ähnlicher. Du und Sigurd, seid ihr immer einer Meinung? Meistens ist das der Fall. Du bist noch jung. Wenn du so alt bist wie ich, wirst du sehen, dass der Gestank größer wird, je näher ihr euch seid. Okay. Dein Speer kommt nicht wieder. Er steht wieder tot oder getürmt. Schreib ihn noch nicht ab. Wir können nicht riskieren, dass sie uns sehen und Burkert uns wieder entwischt. Du wartest hier auf den Speer und ich gehe herein. Aber ich würde sagen, hier ist doch schon so ein schönes Fleckchen, wo ich dann erstmal sagen würde, war es das erstmal für diese Folge von Assassin's Creed Valhalla für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr schreitert auch morgen wieder ein, wenn es dann weitergeht, hier an dieser Stelle. Ich hoffe, es hat euch gefallen.